Herzlich willkommen zur LPM Calliope Minikarte 7 Klickzähler. In diesem Videotutorial lernen Sie, wie Sie einen Klickzähler programmieren. Dazu müssen wir eine Variable anlegen, ihr einen Wert zuweisen und diesen ausgeben. Starten Sie den Editor, löschen Sie das Startprogramm und geben Sie dem Programm einen Titel. Legen Sie nun zunächst eine neue Variable an. Klicken Sie dazu auf den Bereich Platzhalter, wählen Sie Neuen Platzhalter anlegen und geben Sie diesem einen Namen. Achten Sie von Anfang an darauf, Ihre Variablen sinnvoll zu benennen, damit Sie diese bei komplexeren Programmen mit vielen Variablen nicht durcheinander werfen. Lassen Sie uns nun den Platzhalter initialisieren. Klicken Sie auf den Bereich Grundlagen, wählen Sie am unteren Ende der Auswahl den Block Beim Start und ziehen Sie diesen in die Arbeitsfläche. Klicken Sie nun auf den Bereich Platzhalter und hängen Sie den Block Ändere Platzhalter auf 0 in den Block Beim Start ein. Ändern Sie dort den Wert Platzhalter über die Dropdown-Liste in die von Ihnen benannte Variable. Zur Kontrolle wollen wir die Variable nun auf dem Display ausgeben. Gehen Sie dazu in den Bereich Grundlagen, wählen Sie hier den Block Zeigenummer und hängen Sie diesen an dem Block Ändere Platzhalter auf 0 an. Gehen Sie als nächstes in den Bereich Platzhalter, nehmen Sie sich das Puzzleteil mit Ihrem Variablen-Namen und legen Sie dieses auf das Puzzleteil 0 im Block Zeigenummer. Dadurch wird der Wert Ihrer Variablen auf dem Display angezeigt. Wenn Sie nun im voranstehenden Block die Zahl im Puzzleteil ändern, sehen Sie das Ergebnis im Simulator. Lassen Sie uns aus dem Programm nun einen Klickzähler machen. Gehen Sie in den Bereich Eingabe und legen Sie einen Block, wenn Knopf A gedrückt, in das Arbeitsfeld. Öffnen Sie nun den Bereich Platzhalter und ziehen Sie den Block Ändere Platzhalter um 1 in das Ereignis, wenn Knopf A gedrückt. Beachten Sie, dass dieser Block positive Zahlen aufsummiert. 1 bedeutet in diesem Sinne also plus 1. Ändern Sie die Variable des Blockes von Platzhalter zu Ihrer Variablen. Geben Sie anschließend die Variable wieder aus, wie bei der Initialisierung. Der Klickzähler ist fertig. Bei jedem Druck auf Knopf A wird die Variable um 1 erhöht und der neue Wert angezeigt. Wir wünschen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!